Hey Clasher, die Dezember-Saison steht vor der Tür und das bedeutet, wir wollen uns heute ganz genau anstehen, was zu Clashmas in Clash of Clans so ansteht an Events und sonstigen Sachen noch obendrein. Dafür schauen wir uns jedenfalls mal kurz den Weihnachtsbaum hier an, denn hier haben wir alles wunderschön aufgereiht von dem Goldpass bis hin zu den Clanspielen. Wichtig hierbei ist das Medaillen-Event, denn wir werden eine neue epische Ausschussung bekommen und wichtige Informationen direkt zum Anfang des Videos, es wird keine für den Minion-Prince sein. Ganz, ganz wichtig. Bevor wir uns die restlichen Events allerdings anschauen, schauen wir uns erstmal die neuen Skins an, die es jetzt für die Saison gibt und für den nächsten Monat gibt. Und hier haben wir zuerst erstmal den Barbaren-König, den Robo-King, ein neuer legendärer Skin für den König, der auf jeden Fall ganz lustig aussieht. Ich bin super gespannt, natürlich wie immer, mit euren Meinungen zu den Skins. Hierbei natürlich immer sehr, sehr wichtig. Skins sind natürlich komplett von Person zu Person unterschiedlich zu betrachten, denn eben gefahren unterschiedliche Sachen. Ich finde auf jeden Fall, dass von der Königin ganz cool, die Königin in the Box mehr oder weniger, mit ihrer, ja, Lolli-Bazooka so ungefähr, sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Allerdings muss ich auch mal dazu sagen, mich hat ja das letzte, oder das Thema vom letzten Monat komplett abgeholt. Das heißt, dieses Justice-Thema mit den Helden, sowohl als auch mit der Szenerie, mit den Skins. Dieses Mal die beiden, ja, die Königin finde ich ganz cool, weil ich ganz lustig finde, wie sie halt jetzt animiert schießt. Ihr seht das jetzt hier zum Beispiel, im Kampf zum Beispiel. Aber, ja, ansonsten sind die Skins nicht so meins. Aber wie bereits gesagt, ich bin super gespannt, was ihr zu den Skins eigentlich mal in den Kommentaren sagt. Beim Barbaren-König finde ich auch ein bisschen schade, denn die Barbaren, ich weiß, die Auslustung nutzt man ja wirklich häufig, aber hey, ich will es euch trotzdem zeigen. Die Barbaren sehen so ein bisschen aus wie die vom Jolly King. Ich glaube, die wurden einfach recycelt und auch hier zum Skin einfach hinzugepackt. Das gleiche aber auch bei der Königin. Ich glaube, auch das sind, glaube ich, alte Bogenschützen von irgendeinem alten Skin. Bin ich ein bisschen schade, aber zeitlich kann ich es auch irgendwie verstehen, weil die beiden Auslustungen werden eh so gut wie nicht genutzt. Aber, ja, ist auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall erwähnt haben, weil es nicht, wie gesagt, überlegt, diese Skins zuzulegen. Außerdem, wie sehen die Animationen aus, wenn die Helden am Ende draufgehen. Da hat jeder Held immer seine eigene Animation. Ja, Barbarenkönig ist gerade nicht rausgelaufen, ein bisschen unglücklich, aber an der Königin sehen wir es zumindest. Die hängt dann so halb, ja, wie nach einem Kater irgendwie über der Box. Aber egal, ich würde sagen, kurzes Themawechsel, denn wir haben natürlich die Königin im Goldpass drin. Das finde ich persönlich cool, weil ich finde von den beiden ist das auch immer der coolere Skin. Mit ihrem Rumgehüpfe und ihrer Lolli-Bazooka. Goldpass natürlich, wie immer, ihr kennt das Ganze. Hier wurde diesmal Gott sei Dank wieder nichts geändert. Da muss man mit dazu sagen, inzwischen, nach dem Desaster im September. Aber, falls ihr euch überlegt, den zuzulegen, könnt ihr sehr, sehr gerne auch einen Lieblings-Creator unterstützen. Mit Credit-Code EZU könnt ihr mich unterstützen. Und natürlich, wie immer, ihr könnt das Ganze natürlich auf der Supercell-Store-Webseite machen. Da gibt es ab heute jetzt auch nochmal zusätzlich Black Friday-Angebote. Die wurden zurückgerückt wegen dem Update. Das heißt, wir hatten jetzt Update-Angebote. Und ab heute haben wir auch Black Friday-Angebote. Genauso auch wie das hier, wo ihr euch da einmal durchklicken könnt, falls ihr möchtet. Falls ihr euch hier irgendwas kaufen wollt, ist das immer kosteneffizienter auf der Webseite, weil ihr diese ganzen Zusatz-Items noch mit dazu bekommt. Ich habe sie zum Beispiel alle schon mit dazu bekommen, weil ich jetzt sehr viel Geld ausgegeben habe, während des Gem-Projekts zu Anfang von Rados 17. Aber auch als B2P-Spieler bekommt ihr die ersten beiden Items hier immer mit dazu. Das heißt, das Besuchende Seite lohnt sich. Und auch hier natürlich immer sehr, sehr gerne mit Credit-Codes ITSU. Dafür ein riesengroßes Dankeschön. Aber wir starten auch jetzt mal mit den Events. Und starten tun wir ganz oben beim Bäumchen, und zwar beim Goldpass. Den haben wir natürlich schon durchgeklickert. Das heißt, wir können direkt weitergehen, weil beim Goldpass ändert sich sonst nichts. Und das ist die Clankingsliga. Clankingsliga, da habe ich bereits gestern für euch Races rausgehauen. Die könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Kommen wir jetzt zum ersten richtig interessanten, und zwar dem Mystery-Event. ab dem 4. im Spiel. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Und Super Setter hat ein bisschen was geteasert. Lass uns das mal anschauen. Was? Was in der Welt ist das? Für alle, die jetzt aufgepasst haben, das sieht auf jeden Fall genauso aus, wie das, was in der kleinen Socke drin war, an dem Weihnachtsbaum. Das heißt, es ist am Ende wirklich das Event. Für alle, die sich jetzt wundert, woher dieser Clip hier gerade entstanden ist, oder woher der kommt, der ist von dem Twitter-Post, einem Video, als das Update live ging, also gerade um 17 live ging. Da kommt dieses Filmchen her. I wonder what it does. What? That's odd. Hmm. I wonder what it means. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ich sag euch das so, es ist noch lustiger, wenn ihr die Personen, die in den Videos mit drin sind, auch persönlich kennt. Die machen so einen Quatsch manchmal. Aber egal, anderes Thema. Und zwar, es scheint so, als wenn ihr euren Helden kontrollieren könnt in diesem Event. Das scheint zumindest auch immer basierend auf den Teasern, bisschen auf dem, was wir bisher wissen, der Fall zu sein. Falls ihr ganz genau wissen wollt, was der Fall sein wird, dann könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab dem 4. wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Denn dort werden wir uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen, was genau sich hier der Mystery-Event versteckt. Allerdings, wenn wir über Events oder bisschen allgemein schon fast neue Spielmodi nachdenken, muss ich sagen, eine Sache wünsche ich mir schon seit langem im Spiel. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, dass diese beiden Kisten zwei Dörfer sind. Es sind einfach zwei Dörfer, die aneinander gebabbt sind. Das heißt, man hat weniger zwei Dörfer, zwei Spieler in der Verteidigung. Und jetzt schaut euch vor, dass man auch zu zweit angreifen könnte. Und hierbei ist wichtig, beide greifen gleichzeitig an. Diese beiden Dörfer sind direkt nebeneinander oder so halb fusioniert. Und man kann angreifen, wo man will. Das heißt, ich will da eins und später zwei dürfen das eine Dorf, das andere Dorf. Man kann seine Truppen platzieren, wo man will und darf zusammen angreifen. Das wäre ein Modus, den ich mir wünsche, schon seit langem. Das wäre so, so geil. Und ich glaube, es würde Clash of Clans wieder komplett neuen Wind geben und etwas komplett Neues, Erfrischendes sein. Was wäre ein Spielmodus, den ihr euch wünschen würdet im Spiel? Denn ich bin ehrlich, neue Rathäuser jedes Jahr. Alles gut und schön. Allerdings auf Dauer irgendwann wird das natürlich recht wiederholend. Das sage ich jetzt gerade nicht, weil ich irgendwie Rathaus 17 durchgejammt habe. Nein, sondern das meine ich auf jeden Fall einfach, man möchte natürlich nochmal mehr zu tun haben im Sinne von andere Sachen machen im Spiel. Und damit meine ich, nein, ich will kein viertes Dorf, auf gar keinen Fall, aber so ein 2 gegen 2 Modus wäre ja mal so, so cool. Oder so, nee, sehe nur ich nur das. Es wäre auch immer sehr interessant zu wissen, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, das ist nur von meiner Seite, was ich gerne sehen würde. Wir machen weiter und zwar mit dem Medaillenevent. Da habe ich ja bereits schon am Anfang gesagt, es wird eine neue epische Ausrüstung geben. Allerdings nicht für den Minion-Prinzen. Weswegen genau sage ich das und weswegen habe ich auch explizit nachgefragt bei Supercell, dass wir das Ganze bereits sagen dürfen als Content-Creator. Einfach aus dem Grund, dass ich sehr, sehr häufig in den Kommentaren sehe, wenn es um das Upgraden der Ausrüstung von Minion-Prinzen geht. Dass viele sagen, hey, ich upgrade ihn noch nicht, weil ich davon ausgehe, dass demnächst neue epischen Ausrüstungen für den kommen und so weiter und so fort. Damit bestätige ich euch jetzt hiermit offiziell, im Dezember wird keine epische Ausrüstung für diesen Minion-Prinzen kommen. Das heißt, wenn ihr den gerne spielen wollt, dann solltet ihr die aktuellen bereits upgraden. Hierbei wichtig, die Reihenfolge zuerst Dark Orb und dann die Begleiter-Puppe sozusagen, weil die ist auf jeden Fall nicht so stark. Ja, die hat mehr Basiswerte mit dabei, aber die Fähigkeit an sich ist bei weitem nicht so stark wie das Dunkle Orb. Das würde ich euch auf jeden Fall eher empfehlen. Das ist nochmal viel, vielfaches nochmal stärker und deswegen auf jeden Fall eher zu upgraden. Aber, damit haben wir auch das Medaillenevent abgehakt. Und damit bleibt noch eine Socke übrig an unserem Weihnachtsbäumchen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch noch an. Denn, nun ja, das letzte übrig geblieben sind die Clanspiele. Yep, Clanspiele kommen natürlich auch und zwar ab dem 22. bis 28. Dezember dann. Das ist natürlich wieder hoffentlich gute Belohnungen, hoffentlich Motivation zu zocken. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr immer alles wissen wollt rund um die Events, Mystery und Metal-Events diesen Monat dann, wenn wir den Kanal hier abonnieren. Denn damit seid ihr immer up-to-date, immer alle Informationen direkt bei euch parat. Natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle, die immer daran denken, den Credit-Code einzusetzen. Das hilft wirklich absolut enorm. Vielen, vielen Dank dort für das Zeitinvestment eurerseits. Und natürlich wie immer, haut rein und tschüss. Vielen Dank.